Dieser gebrauchte Mercedes-Benz ML270 ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei 148.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2003. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 164 PS.